Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und in diesem Video geht es um drei Aktien auf meiner Frankreich Watchlist. Der eine oder andere von euch weiß es ja bereits, ich interessiere mich sehr für französische Aktien, habe bisher leider aber auch nur eine davon im Depot, das ist Pernod Ricard, aber extra auch für die kommenden französischen Aktien ein Depot bei der DKB Bank eröffnet, um mich da von der Quellensteuer vorab befreien zu lassen. Das ist auch schon alles eingereicht, ich werde euch dann natürlich auch ein Video dazu machen, wie man das auszufüllen hat, ich will aber im ersten Schritt sicher gehen, dass das auch richtig ist, was ich da gemacht habe, weshalb dann das Video irgendwann folgen wird, wenn ich die erste Dividende von Pernod Ricard bekommen habe und schwarz auf weiß sehe, dass es funktioniert hat, weil die DKB an einem da keine Auskunft drüber geben, sondern die verweisen dann natürlich auf die französischen Behörden an der Stelle, ich warte einfach ab und dann gucken wir uns das eben gemeinsam an, wenn es soweit ist. Darum soll es heute aber natürlich nicht gehen, sondern ich habe euch wie gesagt drei Aktien mitgebracht, die erste, die wir uns anschauen ist Orpea, was macht Orpea? Sie betreiben im Prinzip Liegeeinrichtungen und Seniorenresidenzen und sind da sehr gut in Europa vertreten, hauptsächlich eben in Europa, im Kern eben auch Frankreich und Belgien, haben aber auch in Zentraleuropa und in Osteuropa ein bisschen was, auf der Grafik kann man das denke ich dann schön sehen. Was da natürlich auch immer wichtig ist oder interessant ist, okay, wie hat sich denn die Firma entwickelt, wie hat sich der Umsatz entwickelt, da sieht man von 2015 bis 2019 wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, man sieht auch operatives Ergebnis von Jahr zu Jahr eine schöne Steigerung drin bei der ganzen Sache, wenn man sich, was natürlich mir immer sehr, sehr wichtig ist, die Dividende anschaut, da hat man auch in den letzten Jahren einiges erhöht, ganz genau seit 2008 zahlt man im Prinzip Dividende, bis 2018 hat das dann auch gut funktioniert und man hat auch jedes Jahr die Dividende an der Stelle steigern können, für 2019, also für das Geschäftsjahr 2019 hat man sich jetzt aufgrund von Corona dazu entschieden, die Liquidität im Unternehmen zu behalten und die Dividende für dieses Jahr im Prinzip da auch bestreichen. Ich blende euch auch die WKN nochmal ein und dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was für ein Unternehmen das ist und das ist nur ein kleiner Teaser, keine ausführliche Analyse oder Sonstiges, ich möchte euch einfach nur daran teilhaben lassen, welche Unternehmen momentan ja bei mir eben auf der Watchlist stehen. Die nächste Firma dürfte einigen Leuten mehr bekannt sein als Opea und zwar ist das LVMH, namentlich Louis Vuitton Moet Hennessy, ja der Luxuskonzern im Prinzip, also gehören unfassbar viele Marken dazu, Louis Vuitton ist natürlich klar, steckt auch ja im Namen drinne, Moet auch, Hennessy auch, das war jetzt nicht so schwer, aber zum Beispiel eben auch Takoya und viele andere Luxusmarken reihen sich da ein. Wenn man im Bereich Luxus investieren möchte, kann man schon fast sagen, kommt man an LVMH nicht vorbei, es gibt noch ein paar andere Unternehmen, aber das ist definitiv das Größte an der Stelle. Da sieht man eben auch von 2015 bis 2019 hat sich der Umsatz sehr, sehr schön entwickelt, wenn man sich auch hier die Dividende dann nochmal anschaut oder auch das Ergebnis, die Aktie anschaut, es wird jedes Jahr besser, also da arbeitet man sehr, sehr gut und man muss ja fairerweise auch sagen, egal ob das so eine Louis Vuitton Tasche ist oder irgendein anderes Produkt, die können ja theoretisch auch jedes Jahr die Preise erhöhen und die Kundschaft ist trotzdem bereit, eben diesen Preis auch zu zahlen, weil wer kann quantifizieren, dass die Louis Vuitton Tasche anstatt 500 Euro 550 Euro kostet, die Menschen, die diese Tasche haben wollen, die das Kapital haben, um diese Tasche zu kaufen, zahlen an der Stelle auch 550 Euro oder dann auch noch viel mehr, je nachdem, was für ein Produkt man sich da am Ende auch aussucht. Dividende waren in den letzten Jahren auch sehr, sehr positiv, man hat da jedes Jahr im Prinzip erhöht, auch hier haben wir einen kleinen Wehmutstropfen aufgrund von Corona, das hat den Aktienkurs dann auch ein Stück weit belastet gehabt, dass man eben eine niedrigere Dividende eben zahlen wird als im Vorjahr, verstehe ich, ganz viele Shops waren zu, man muss sich dann eben anschauen, wie die Quartalsergebnisse ausschauen und ich kann da sehr gut nachvollziehen, dass man da auch eben überhaupt hier das Cash erstmal um ein Unternehmen halten will, ich denke aber langfristig, wenn man eben im Bereich Luxus investiert sein möchte, ist das eine sehr, sehr gute Adresse und deshalb natürlich auch bei mir auf der Watchlist. Hier kann man sich nochmal angucken, in welchen Bereichen man eben hauptsächlich das Geld verdient und das ist eben Fashion und Lederwaren, macht man den Großteil des Umsatzes und dementsprechend dann auch den Großteil des Profits und die sind natürlich davon sehr gebeutelt, wenn der Laden zu hat, wird es dann natürlich tendenziell eher schwierig und ich denke auch für meinen Teil, ohne dass ich das jetzt im Detail mir angeschaut habe, dass E-Commerce gerade bei diesen Luxusmarken noch nicht ganz so weit vorne dran ist, weil es hat ja immer dieses von sehen und gesehen werden und ich gehe jetzt in den Louis Vuitton Shop und kaufe mir dann irgendwelche Sachen. Ich glaube, dass diese Gruppe, die dort einkaufen geht, in diesen Stores, eben auch diese Stores dann bevorzugt und dass das Klientel eben eher so unterwegs ist. Eine dritte Aktie, die ich heute mitgebracht habe, die dürften nicht ganz so viele Leute kennen, das ist die Teleperformance Group. Was machen die? Im Prinzip alles, was mit dem Thema Outsourcing und digitale Prozesse zu tun hat und zum Beispiel, wenn man in Deutschland irgendwo anruft und bei einem Kundendienst rauskommt, machen das ja die Firmen meistens nicht mehr selber, sondern sie suchen sich irgendjemanden, der für sie dann den Kundenservice übernimmt und versucht eben die eigenen Kernkompetenzen weiter auszubauen und Dinge, die nicht zu dieser Kernkompetenz oder zu diesem Hauptgeschäft gehören, eben auch zu sourcen und da ist die Teleperformance Group an der Stelle ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Ist auch gar nicht mal mehr so klein mit 331.000 Mitarbeitern in 80 Ländern vertreten, also auch mittlerweile eine größere Firma und ist auch mittlerweile in den Hauptindex in Frankreich aufgenommen worden. Das ist noch gar nicht so lange her und hat auch in den letzten Jahren echt eine phänomenale Entwicklung am Aktienmarkt hingelegt. Die Zahlen sehen auch hier sehr, sehr gut aus, also wenn man sich das anschaut durch die Bank, Umsatz, EBITDA sieht gut aus und sie versuchen auch eben die Dividende dann dementsprechend, wenn mehr Geld da ist, auch mehr auszuschütten, beziehungsweise die Ausschüttungsquote ist ungefähr immer gleich, aber die Dividende wird, wenn man eben mehr Gewinn macht, dann dementsprechend auch angehoben, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Hier sieht man nochmal wirklich die krasse Entwicklung von 2015 bis 2019. Hat man ja nicht ganz den Umsatz verdoppelt, aber man geht schon in die richtige Richtung. Beim operativen Ergebnis hat man es geschafft, das Ganze zu verdoppeln und ich denke auch gerade im Zuge der jetzigen, der ganzen Corona-Krise und der Beschleunigung der digitalen Transformation in vielen verschiedenen Unternehmen könnte da die Teleperformance auch ein großer Gewinner, gerade dann eben in Europa an der Stelle sein. Was man hier eben auch sieht, nochmal die Dividendenentwicklung von 2015, also ist für mich, wenn ich ehrlich bin, von den drei Kandidaten die interessanteste Aktion, wo ich mir derzeit am ehesten vorstellen könnte, mein Geld zu investieren. Wichtig, wie immer, keine Anlageberatung an der Stelle, ich möchte euch einfach zeigen, was ich für interessante Unternehmen finde und eben auf meiner Watchlist habe und das dann eben gerne mit euch eilen. Wie seid ihr dem ganzen Thema, ja, investieren in Frankreich gegenübergestellt und das würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr sagt, okay, mir ist das egal, ich mache vielleicht keinen so einen Antrag bei der DKB, sondern ich will einfach ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und wenn es dann bei der Dividende eben ein bisschen mehr abgezogen wird, dann ist das für mich auch okay, aber ich will zum Beispiel unbedingt LVMH im Depot haben und dafür nehme ich das in Kauf. Ich würde mich auch sehr interessieren, ob ihr zukünftig gerne mehr zu französischen Aktien sehen möchtet oder ob das euch nicht ganz so sehr interessiert. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch wie immer sehr über ein Abo freuen und auch über ein Like. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Frank.